Hallo Leute, am 30. August waren wir beim SV Geinsheim zu Gast, um Aufnahmen von der ersten Mannschaft zu machen. Link zum Video findet ihr hier oben. Am selben Abend fand aber auch das Verbankspokalspiel der A-Jugend, der Jugendgespielgemeinschaft Goy, gegen Phoenix Schifferstadt 1 statt. Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, auch hier ein paar Aufnahmen zu machen. Leider lief das Spiel nicht so gut für die JSG Goy. Man verlor mit 0 zu 5. Hier nun ein paar Einbrüche vom Spiel. Und Jungs, Kopf hoch, es kommt auch wieder besseres Spiel. Euer Team von Partner der Verein. Fückel. 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 Musik 2, 3, 2, 1 Sie ist gut! Applaus Applaus